liebe leute liebe leute ich bin hier total überfragt ich komme hier irgendwie nicht mehr weg hätte ich mir noch vorstellen könnte da mal hoch aber da sind wir ja eben auch erwischt worden jetzt da mal dran springen und hier hoch da waren wir aber glaube ich auch schon ja waren wir auch schon aber ja klar da ist ja der mechanismus aber kann ich von da aus jetzt irgendwie mir irgendwo ember besorgen hier hinten steht noch einer kommt jetzt komplett hier rüber auch eine art einen los zu werden hat man wenigstens mal den tötungen aus der deckung du liegst aber schön du sollst eigentlich runterfallen hier kommt keiner gucken wo kamst du denn jetzt her gewackelt hier waren wir noch nicht glaube ich also hier drunter sowieso nicht aber der steht da hast du was auf dem tischer die ich hier brauchen könnte alter ach so hier komme ich auf der anderen seite nicht wieder raus da liegt aber ein medaillon das ist das medaillon hier steht nur noch einer jetzt steht keiner mehr hier der dem wir gerade gekillt haben aus der deckung das war wahrscheinlich der zweite von hier gut haben wir das ändert aber nichts an dem ember problem und dass wir da hinten nicht vorbeikommen dich mal weg hier war irgendwo sand obwohl sand haben wir noch da war sand ja genau du dich hier mein messer immer schleifen angekommen da werden Und Norritte auch. Ach so, hier sind wir jetzt. Wo die partout nicht trinken wollten. Da haben wir aber alles. Da brauchen wir nichts mehr. Da können wir nichts mehr nehmen. Oder hat einer von denen Norritte am Gürtel? Ich glaube, das hatten wir auch geklaut, wenn sie es schon hatten. Der Ritter hat nichts. Der Typ da. Der hat auch nichts. Ach, das ist der mit den 5 Millionen keine Ahnung was Sachen am Gürtel. Aber nichts Gescheites dabei. Der andere da hat auch nichts. Ne, die haben alle nichts. Die sind vollkommen uninteressant. Ach, hier sind wir wieder in der Zelle. Da waren wir auch überall. Ja, das Einzige, was wir echt noch machen könnten, wären die ganzen Zellen mal durchsuchen. Ich meine, die sind ja jetzt sogar auf. Aber ich glaube nicht, dass in der Zelle Ember steht. Komm, kicken wir mal. Der bleibt da drauf sogar liegen. Ich wollte den runterkicken. Und hier. Na? Wo ist der mit der gesunden Hautsichtfarbe? Ey, das sind, ich finde echt die Zellen so interessant, dass die nach außen hin offen sind. Das ist echt der Knaller. Hier ist meine Leichensammlung. Da waren die zwei Mechanismen, beziehungsweise der eine. Oh, hier wäre ich jetzt beinahe runtergefallen. Da steht der Ritter. Damit wollen wir uns getan haben, sieht jetzt die Fackel aus. Ich dachte, ich habe etwas gesehen. Da habe ich jetzt ja eine dran gedacht. Ja, aber hier gab es eh, es gibt hier nichts. Es muss irgendwie, irgendwie haben wir vergeigt. Unsichtbarkeit ist nicht verfügbar. Kann ich machen, was ich will? Weil der unten in den Zellen wird auch nichts sein. Könnten wir ja auch noch gucken, aber... Ja. Ja. Tja. Tja. Hier geht es hoch, da geht es runter. Ich wollte gerade sagen, hier geht es auch irgendwo runter. Wandern wir hier mal ein bisschen durch die Landschaft. was wir eigentlich ja schon die ganze Zeit machen. Hier ist nix. Ja, hier würde auch nix sein. Da kann ich, brauche ich mir gar keine Hoffnung machen. Hier ist auch nix. Ich meine, wir hatten ja überall schon so ein bisschen gespingst. Hier steht der Ritter, ne? Ja. Warum leuchtet diese eine Tür da so ein bisschen? Ach, hier liegt noch ein Medallion. Oh, okay. Dann hat sich das insofern zumindest schon mal gelohnt. Ach, hier ist eine Kerze oder sowas. Deswegen leuchtet sie die Tür. Hier ist auch nix. Ja, Ritter, du bist hoffentlich blind genug, dass ich hier jetzt vorbeigehen kann. Ja. Da reagiert der nicht drauf. Da reagiert der nicht drauf. Okay, das bringt uns also auch gar nix. Wenn ich eine Idee hätte, wie man da vorbeikommt, ohne Unsichtbarkeit. geht nicht noch weiter runter? Ne, hier kommen wir nur wieder hoch. Okay. Ja. Wie kommen wir zu dem Labor? Und einer der Tipps aus dem Ladebildschirm ist ja Einfallsreichtum. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit. Ich meine, schon allein unter dem Aspekt, dass man hier ja ohne Töten durch kann. Theoretisch. Sieht hier einer was? Das Problem ist ja effektiv der Typ, der da jetzt in der Mitte steht und der da rechts an der Wand steht. Die anderen zwei hier, das ist eine Sache des Timings. Die zwei da. Das ist eine Sache des Timings. Da könnte man vorbei. Aber die zwei. Ich habe keine Wurfmesser. Ich habe keine Unsichtbarkeit. Das kann es doch nicht sein, dass ich jetzt hier gar nicht mehr weiterkomme. Das kann es echt nicht sein. von hier aus, wo ich jetzt bin, sowieso auf keinen Fall. Das steht schon mal klar fest. Das ist ja der kleinere Problem. Hier kann man ja wieder noch mal runtergehen. Ich bin sowas von überfragt. Und wann das jetzt wieder? Okay. Okay. hier sind wir jetzt in der Zelle, wo der Typ vorhin ausgesprungen ist. Die Zelle ist das, wo wir runterklettern können. Junge, hau ab. Es ist wirklich nicht mein Tag. Ja, das ist nicht mein Tag. Genau das denke ich mir auch. Es ist nicht mein Tag. Ich habe leider den Skill zum Sprung aus dem Töten nicht. Äh, zum Töten aus dem Sprung nicht. Aber ich habe den Skill zum Töten, wenn ich hier hänge. Aber du siehst mich ja, wenn ich hier hänge, ne? Oh, no time to fly hard to sink. Na, ich wollte nicht da unten. Warum hat er sich da jetzt nicht am Rand festgehalten? Es gibt's nicht. Es gibt's nicht.